sind sie auf der suche nach vertraulichen informationen wollen sie brisantes know how erfahren dass man ihnen von offizieller seite mit allen mitteln vorenthalten will hier auf diesem youtube kanal liefere ich es ihnen brandheiß und brandaktuell ich enthülle für sie jene insider infos die ihren kontostand ebenso entscheidend verbessern wie ihre geschäftlichen tätigkeiten als abonnent dieses kanals wird sich ihr ganzes leben spürbar verbessern viele dieser enthüllungen vielleicht sogar alle werden sie für unmöglich halten für reine erfindung oder völlig illegal aber ich versichere ihnen in wahrheit wird dieses wissen längst von wenigen eingeweihten genutzt dieses wissen haben nicht viele aber sie haben dann mehr geld und können ihr leben auf deutlich höherem niveau genießen sind sie auch auf der suche nach verdaulichen medikationen wollen sie belangloses geschwafeln ertragen dass ich ihnen trotz gegenwehr mit allen mitteln vortragen will hier auf diesem youtube kanal besorge ich es ihnen brandheiß und brandwein gefüllt ich enthülle mich für sie jene geheimen geheim informationen vom geheimbund der geheimleute die ihren kontostand ebenso verringern werden wie ihre intellektuellen fähigkeiten viele dieser enthüllungen werden sie für unverständlich halten für reinen schwachsinn oder völlig irrelevant aber ich versichere ihnen ich habe mir alles selbst ausgedacht zusammen mit dem hohen rat vom planet der affen meiner mutter und meinem unsichtbaren hasen harvey in wahrer wirklichkeit drin wird dieses super wissen längst von wenigen eingeschlossen eingeweihten genutzt wie zum beispiel thomas mittelhoff franjopoth und dem griechischen finanzminister ex natürlich dieses wissen haben zum glück nicht viele aber die haben dann mehr geld und können sich an heißen tagen auch mal ein eis kaufen vertrauen sie mich die die die